... Zu wem? Waaaah... Sie kommen von der Seite! Da vorn, da vorn! Komm über die Feuer! Hey! Gott hatte ihn! Stirb doch da oben! Ja, Freunde. Puh, das ist ja ganz schön leckig gerade. Okay. Wow. Dropshot, Dropshot. Oh, oh. 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 One on one. Komm her, komm her, komm her. Tot. Ja, so macht das Marine, so. Wo ist noch wer? Fresse. Schnauze. Stirb. Feuer einstellen, Feuer einstellen. Nichts Feuer einstellen, der wollte weglaufen, ey. Der muss man feige erschießen. Ach, zurück, 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 zurück. Nein, 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 ich hole mich noch ein, Freunde. So, dann bin ich. Gib mir Munition, danke. Wir übernehmen. Ja. Ey, wo ist die Logik? Wieso knalle ich die alle draußen ab, wenn ich nicht sofort lang gehen kann? Naja, egal. Was hab ich eigentlich so als zweite Waffe? Boah. Sniper. Quickscoop. Kann ich ja gleich mal machen. Oh. Hi. Mach die Tür auf. Augen und Ohren offen halten. Ich weiß, dass hier einer drin ist. Glaube ich. Also es war hier. Es war hier mal einer drin. So ungeschätzt. Wir müssen uns von Deckung zu Deckung vortassen. Okay. Das war der Schnipper. Ja. Bitte, erledigt ihn. Da war einer drin. Ich glaube, ich muss mal die Helligkeit ein bisschen hochstellen. Das waren keine Einer. Ich glaube, das sieht man auf YouTube nicht. Weil ich sehe das nämlich kaum auch nicht. Aber es ist irgendwie auch logisch. Boah. Lass uns jetzt einfach hoch aufs Dach gehen. Boah. Da muss ich mal die Helligkeit. Okay. Der Scharfschütze ist noch da. Seid vorsichtig. Das war der Blumenkübel. Mensch. Da. Ich habe hier den Blumenkübel kaputt gemacht. Lauf. Oh. Mensch. Nein. Sag mal, Junge. Halt mir doch nicht dein Gebenmaschinengewehr in die Fresse. Äh. Dumm. Ich soll warten, bis sie in Position sind. Na, das nenne ich mal geschickt, weil ich bin ja auch der Profi. Rede mit mir. Siehst du was? Alles klar. Oh. Bleck jetzt. Scheiße. Einfach weitergehen. Ich hole schon mal das Schnipper raus. Ich kann mir ja denken, was kommt. Freunde. Ich mache aber kein Quickscorp-Duell. Das habe ich nämlich schon mal probiert und ich bin gestorben. Okay. Okay. Das ist auch geil. Andere Seite der Straße. 50 Meter auf halber Höhe. Er hat sie verbrannt. Ja, ja. Gib's Black. Unsere Deckung verabschiedet sich. Gib's Black. Los. Nur weil ich schwarz bin. Ähm. RPG aufnehmen. Du bist der beste Schütze. Ja. Sobald die Waffe aufblitzt, erledigst du ihn. Du schaffst das, Mann. Alles klar. Ich gebe dir Deckung, während du schießt. Alles klar. Alles klar. Drei, zwei, eins. Feuer frei. Feuer frei. Boom. Kaputt. Hihi. Versticken. Ziel perfekt erwischt. Okay. Alles okay? Alles okay. Alles safe, Freunde. Habt ihr? Quickscope! 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 Feuerschutz geben? Natürlich. Ich gebe euch gleich Feuerschutz. Bis gleich.